So, nächstes Event heißt das Super Street Event. Das kriegen wir dann ohne Probleme hin. Würde ich sagen, haben wir diesmal ein Boss-Rennen? Nö. Doch, haben wir schon, klar. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rennen. Mal wieder. Zeit fahren, was geht's? Und dann haben wir noch zwei Events und dann sind wir durch mit diesem Spiel und dann gehen wir weiter mit Quit. Hier sind Kontrollpunkte. So, bisschen rezentrieren jetzt grad. So, bisschen rezentrieren jetzt grad. 11, 17 sind es, wir haben nur eine Minute, ungefähr Zeit. So, damit sind wir durch, rennen wir als es geschafft, weil du jetzt bist. Crossing Bridges, ein Rundquassrinden. So, damit sind wir. Oh, ich dachte, er wäre ein bisschen machbar. Na komm, die Junge trotz wieder. Ja, irgendwas weh. Ja, ich bin mal trotzdem, wie gesagt. Was ist hier los, ja? So, ich gehe jetzt auch mal kurz, dann lege ich den auch. Muss aber zweiter, einer fehlt auch da vorne. Der versucht hat, ein bisschen wegzukommen. Ja, aber ich bin schon fast wieder dran. Okay, der wird jetzt der Kollege. Da ist schon wieder die gleiche Ecke. Okay. Drei Runden. Ah, ich bin überzeugt, dass wir aus dem Regen. Okay. Okay. Das war's für heute. so nächstes rennen 3 18 Kontrollpunkte Eieieiei, da war das schülle Brotmädchen drin Musik 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. nein der scheiß hat der anreize na hat er mich verdrückt und dann fahre ich das nochmal neu weil wir wollen ja das ding irgendwie auf platz 1 wenden eine an ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh mein Gott, da bleibt man doch noch stehen So, Runde 2 So, Gut, der hat schon ist jetzt groß Jetzt auch noch Jetzt auch noch Oh mein Gott, da bleibt man doch noch Oh mein Gott, da ist hier Ich fahre wieder ein, ich fahre von der Seite ins Auto. Das letzte Rennen ist jetzt auch das Boss-Rennen. Ich bin so gesund. Ich fahre wieder ein. Ich fahre weiter zurück. Run! Oh, der ist das so richtig! Der hat es aber wirklich ein bisschen besser, der Kollege. Der hat es aber wirklich ein bisschen besser, der Kollege. So eine Metzelei. So, da muss man mal gut sein. So. 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 haben wir auch weg. Und dann geht es ins 1, 2... Warte mal, haben wir eine Rennverlore oder nicht gewonnen? 3, 4... Doch, eigentlich haben wir alle gewonnen. Und wenn mir nicht die eine steht? Ich wundere mich jetzt gerade, das heißt irgendwie... Da habe ich aber nicht alle gewonnen, alle rennen. Oder... habe ich irgendwo nie die Punkte nicht gekriegt. Da ist hier ja noch ein Rennen, ne? Hier fehlt noch ein Rennen. Ich habe aber nur die Punkte nicht gekriegt. Eigentlich haben wir nur zwei Rennen. Okay. Ich weiß nicht, wie das was ist. Das ist hier immer ein Rennen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Musik! Gut, naja, schauen wir mal, worauf es liegt. Wir fahren das nächste Ding auf jeden Fall morgen.